Redaktion gimme meine Freunde und willkommen zu einem Reaktion. Wir reagieren auf den FNAF 2 Trailer, der schon vor 4 Monaten von Screenculture hochgeladen wurde. Gut, nachdem der FNAF 1 Film beendet ist. Diese Trailer, diese 8 Stück sind alle zu 3000% real. Und wir dachten uns, weil anderer Content hier gerade nicht läuft bei uns, machen wir mal Reactions. Mit dabei sind meine Buddies, Krypto und Lars. Eyo, Eyo. Hallo meine Freunde. Ihr kennt sie besser unter Shadowplayer und Freddy Fazbear PizzaWiki Deutschland. Komm, heißt er aber auch anders. Bro, ich nehm das auf, ne? Das ist ein Video. Ich weiß. Okay, Leute. Gibt's einen Grund, warum du immer den Wiki-Namen ständig aussprechen musst? Ich weiß nicht, Krypto, Enigma, Warrior, Patrol. Hab ich mir deine langen Namen ausgedacht oder du? Auf jeden Fall, Leute. Wisst ihr, was dich Leute... Aber er heißt doch jetzt FNAF Imperium, also Fazbear Imperium. Leute, können wir wieder zurück zum Thema kommen? Genau, wir müssen zurück zum Thema kommen. Wir gucken uns den neuen Trailer für den FNAF 2 Film an. Grüße gehen raus an Tjulfa, bei dem Hatschi die Video-Idee. Und die starten wir uns jetzt mal, diese Szenen, die absolut nicht auf dem ersten Teil sind. Can we visit them sometime? Hä? Oh Gott, warum brennt das da? Alter! Alter, das Logo. Let's go. Das Logo ist so eingeschissen. Naja, egal. War nicht so gut. War nicht so gut wie das erste Logo. Oh mein Gott. Hoffentlich werden die den nächsten Logo das Beste sind. Oh! Jo! Nein, Leute, er hat es zu seiner Tochter geschafft, die in Koba ist. Er hat es dort hingeschafft. Was würdest du mit ihr anstehen? Niemand hat das davon mitbekommen. Er hat es einfach da reingeschlichen. Dem Spinkverbandzug. Alter, er hatte Nasenbluten. Oh mein Gott. Quenn, Nasenbluten. Nein, Nasenbluten. Oh mein Gott. Das ist sicher, was Security Witch Musik war. Was war das gerade? Ach, fromm Direktor. Emma, TV, Tabby. Okay, gut. Alter, Junge. Ich habe mich gerade wirklich verschlucken. Es war so schön. Story continues. Oh mein Gott. Wusstest du wirklich, wer dein Vater ist, Mike? Wusstest du wirklich, wer dein Vater ist, Mike? Es ist mein Vater, als Freddy Festbär. Jürgen, das ist so unglaublich schlecht. Alter. Es gibt Leute, die fallen drauf rein. Ja, halt legit. Oh mein Gott. Junge, das hat mich gerade eben so gekillt. Naja, jetzt bin ich einfach da in diesem Krankenhaus. Oh mein Gott. Alter. Jürgen, das ist so well made. Das ist ein Baum, Alter. Okay, Leute. Wir haben noch acht Stück vor uns. Aber was? Acht Stück? Was, Alter? Was war das gerade? Was war das für eine Frisur, Alter? Guckt euch diesen Kürzner. Ist schon wieder diese eine Szene von ihm da. Ey, dieses Bild. Die haben aber auch einen Narren da rangefressen, ne? Oh mein Gott. Ah, warte. Ready for this. Okay, nee. Ist keine Message. Oh mein Gott. Alter, wie viele Aufrufe die auch haben, ne? Lassen wir unseren eigenen FNAF 2-Trailer machen. Können wir halt wirklich machen. Ja, guck mal. Ich krieg's auch hin. Ja, 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 ja. Kann man machen. Das ist zum... Guck mal, Freddy hat was geraucht. Guck mal, das ist ein SFM-Modell. Ja, 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 ja. Freddy hat einfach was gesmoked. Guck mal, wie scheiße der auszieht. Nee. Oh mein Gott. Die sind unter seiner Kontrolle. Stop, Afton, for good. Ich krieg's keine AI-Voice. Sieht schon wieder dieser Shot. Oh, Alter. Das echteste Blut aller Zeiten. Boah, Alter. Das ist auf jeden Fall kein PNG. Sonic. Sonic.exe will sein Blut zurück, Alter. Absolut. Oh mein Gott. Naja, dieses Bild jedes Mal. Alter, das Logo sieht ja mal besser aus als das erste, musst du sagen. Ähnlich erst? Findest du? Find ich. Also das lila war ja am Kopf, der Scheiß. Also das mit Neontext hat überhaupt nicht gepasst. Das passt eher mehr besser zum Original. Also, warte, wollen wir anfangen, die Trailer zu bewerten, so von 1 bis 10? Boah, ich fand den grad, ich fand den grad richtig, ich fand den so vom Lachfaktor, so. Aber das soll ich halt ernst. Also ich würd sagen, der erste war die Solide 2 von 10. Dieser Shot, dieser Shot von Freddy, Alter. Ja. Oder auch das, was Springtür auf einmal im Krankenhaus war. Das war das Lustigste von allen ever. Bro, das Lighting ist auch voll scheiße. Guck mal. Ich schicke dir, Digger. Ich kann das bitte 26.000 Likes haben. Ich weiß es nicht. Es ist halt nicht mehr feierlich, ne? Es ist halt nicht mehr feierlich. Jeder dieser Trailer hat aber auch halt eine Million Aufrufe, ne? Lass uns wirklich mal an den Trailer setzen, Alter. Knapp zwei Trailer. Offiziell. Der macht zuvor auch ein Video gegen uns. Hier haben wir wieder einen der einen neuen Trailer gemacht. Ach, guck mal, der reagiert darauf und sagt, oh, ich darf zwei in Deutschland produzieren. Ja, stimmt. Aber doch hat er nicht reingesch... Ach, scheiß drauf. Irgendwie sowas. Ey, Leute, jetzt der dritte Alter. Hier, kommt's. Kommt. Bro, was ist das für ein Fond? Was ist das für eine Schriftart? Was hat die mit Fond zu tun? Ist das nicht irgendeine Comic-Buch-Schriftart? Ich weiß es nicht. Irgendwie Captain Marvel oder so. Ey, ne. Und das sieht ja komplett ranzig aus, Leute. Die Logos werden doch immer schlechter. Oh, Mann, ey. Jetzt haben wir wieder den selben Shot in. Natürlich, Alter. Natürlich. Ist gar nicht vorbei. Oh, nein. Schon richtig. Oh, dann auch schon wieder den Shot, Alter. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Ich sch... Mal auf, man ist so ein G-Wall. Oh, mein Gott, ey. Hä? Was ist das? Nein, Alter. Alter. Nein, das haben sie nicht getan, Alter. Nein, Mary und... Nein, Mary und... Natürlich. Wir konnten... Wir konnten nicht darauf kommen. Nightmare on that ist im Fluff-Zweifel der Antagonist. Wer singst? Nein. Nicht Puppet, aber es ist Nightmare on that. Nightmare on that. Wir haben all die Hints übersehen, dass es in Wahrheit Nightmare on that gewesen ist. Wir sind so dumm. Wir sind so dumm. Das ist real. Wir sind alle so dumm. Wir hätten die Hinweise besser analysieren sollen. Natürlich. Wie da der S-Effekt. Die Nightmare is just beginning, kid. Die Nightmare is just beginning. Oh, nein. Das ist schon wieder fake, Freddy. Leider. Ich habe gar nicht. Boah, ich wollte eigentlich sagen, der ist ein solide 1 von 10, aber dann habe ich Nightmare on that gesehen und da musste ich einfach los, Digga. Da musste ich einfach los. Es ist wegen Nightmare on that vor allem eine 10 von 10. Auf jeden Fall. Besser geht es nicht. Ja, ja, doch. Wegen Com-Command. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Genau, grüße gehen raus. Dann komm, Com-Command. Und hier scheint was mit den mit den anderen Nightmares zu sein. Ja, okay. Letztes Fehler war aber eine 4 von 10. Wieder dieses Bild, Digga. Der Geisteste, mach's table. Back in the Pizzeria. Ach, da passiert was. Laber. Nichts ist ja. Ja. Nicht schon wieder dieser Shot, Alter. Warum ist das immer das selbe? Er hatte mehr Secrets. Er kriegt auch wieder 800.000 Aufrufe. Ja, locker. Oh nein! Ein bigger Nightmare! Boah, schusch, Alter, was ist das jetzt? Das ist so geblutet einfach. Warum ändert sich jedes Mal? Oh, komm ich zu! Der Film kommt bald! Leute, der Film kommt bald, Alter, Review. FNAF Review. Ab 14 Jahren, ab 14 Jahren, easy easy. Okay, der war richtig scheiße, Digga, das war nur Reeves Shit, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie viel, oh mein Gott. Ja, 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 Alter, was? Da war direkt Nightmare Freddy auf, ne? Oh mein Gott! Nightmare Freddy, warum ist er jetzt so fjau? Nightmare Freddy! Warum? Genau, Digga! Junge, Alter! There is someone I want you to meet! There is someone I want you to meet! Oh mein Gott, Junge! Wenn er jetzt Nightmare ist... NEIN! NEIN! Da war nicht Nightmare Freddy! Nein! Nein! Ernst gesagt? Ich kann nicht mehr! Your last Nightmare! Es ist Nightmare, Nightmare! Obwohl, so rein theoretisch, könnten nicht Filmstudios so Leute verklagen, wenn die so sagen würden, dass es ein echter Trailer ist, obwohl es eigentlich keiner ist? Parodie und in der Videobeschreibung steht Fake Trailer. Ja, okay. Die Tür ist einfach so aufgegangen. Oh! With many new friends for your sister to meet! With many new friends for your sister to meet! Ah yes! Next year! Ohohohoh! Komm, bitte! Schon wieder dieser Shot, auf den sind nicht so stolz, alter! Ja! Weil sie perfekt Spring Bonnie ausgeschnitten haben! Ja! 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 Junge, ey, was ist das? Oh nein, wenn jetzt schon wieder ein nach 4 Shot kommt, ne? Das ist unser letzter Jubiläum. No Mike! Du musst gehen Mike! So eine Scheiße! I've not at peak! Nein! Nein, 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 nein! Oh nein! Jesus, nein… Junge! Das ist ein richtiger Thumbnail-Shot, Alter, die ich mal angesehen habe. Ey, ist nicht so schlecht. Only in Theaters. Ah ja, okay, keine DVDs mehr, Leute, die haben weggekackt. Ja gut, der 10 von 10 war der Trader, der war brutal. Ja. Oh mein Gott, ein Fan-Logo. Ui, ui, ui. Hä, auch richtige neue Musik? Okay. Das ist weit von oben. Bro, weißt du, die hätten alles nehmen können. Weißt du, so Cinema 4D oder Blender, aber nein, SFM-Models. Die versuchen es nicht mal, dass es realistisch aussieht. Oh nein. Afton ist coming after us. Halt die Fresse. Nein, he's ready. Nein, nicht schon wieder Leid mehr, Alter. Nein, da war er. Nein, da war er. Nein, nicht schon wieder Leid mehr. Awww. Junge, es ist so dumm. Wir werden dein letztes. Er hat einen Plan. Wir werden ihn überraschen. Wieder dieses Bild, Alter. Wir werden nicht mehr laufen. Nein, mehr schütteln. Das endet jetzt. Alter, das ist halt nicht mehr normal. Das ist es, Mike. Dein letzter Schiff. Das war mehr von derselben Scheiße wie der letzte, Alter. Ja, haben wir ein anderes Logo. Wieder ein anderes Logo. Oh nein, da war die Puppet. Wir haben die Puppet, Leute, endlich. Endlich ist er da. Es ist alles real. Alles real. Hey, Leute, wir müssen uns gleich... Ich lasse das auch drin. Wir müssen uns gleich an FNAF Movie 2 Trailer setzen. Und den so shitpostig, wie es so geht, machen. Eine Minute dreißig. Komm, ich hab richtig Bock drauf. Leute, wenn ihr dieses Video seht, dann wisst ihr, wie der FNAF 2 Trailer auf unserem Kanal entstanden ist. Dann werden wir reich. Ja, Mann, Alter. Es ist halt nicht mehr normal. Boom. Oh, 24. Alter, ein Buch ist umgefallen. Nein. Junge, shit. Junge, ist das hässlich. Und? Oh mein Gott. Nein, nein, du fragt mir. Komm, zeig mir die Puppets. Da war die Puppets. Und das... Das... Weißt du, ihr habt minimal den letzten Fans zwei Schots von der Puppet dazu gemacht. Deswegen ist er auch zwei Sekunden länger. Und das hat komplett neues Video rauchgeladen. Und das Logo ist anders. Und das Logo ist anders. Bitteschön. 1,7 Millionen Aufrufe. Junge, ich kann nicht mehr. Das ist da jetzt der wievielte finale Trailer? Okay, Leute, der finale achte Trailer. Der feine Trailer. Okay, Leute, und hier ist sogar ein nightmare Body. Ich kann nicht mehr. Tschüss, Leute. Boah, da hat es sich Mühe gegeben. Warum war da ignited Foxy gerade? Weiß es nicht. Und ich will es auch nicht hinterfragen. Schon wieder dieselbe Scheiße, Alter. Nein! Warum sind wir jetzt in der Joy of Creation? Oh nein! Die Nightmare. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Oh oh. Jetzt hat er verkackt eine Nightmareste. Die Nightmareste. Die Nightmareste. Die Nightmareste. Ja. Die Nightmareste. Ja. Mhm. Oh nein. Sie sind jetzt in der Joy of Creation. Alter, und das sieht richtig hässlich aus. Oh nee, Alter. Leute, aber mit diesem Logo wollen wir das vier Tieren verhänden. Ich hoffe, wir konnten gutes Licht auf die Fake Trailer werfen von Screen Girls. Ja, mal gucken, wie hart das Video runtergenommen wird, weil das halt 100% deren Content entspricht. Aber naja, falls das nach oben ist und die sich die Staffel jucken, ist auch nicht schlecht. In diesem Sinne, freue ich mich schon auf den FNAF 2 Film. Besonders auf den Nightmare Freddy. Und ja, in dem Sinne. Und auf Nightmare on. Ja, auf Nightmare on. In dem Sinne, relax gaming, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du dir das Video bis ans Ende angeguckt hast. Und besonderen Dank geht nochmal raus an unsere Kanal-Supporter. Mike, GoldgamerPG, Tjulman, XX, BaguetteSniperXX, Janbu, Tristan, Nerger, Puppet, Aka, Chaos Johnny. Vielen Dank für eure Hilfe und wir sehen uns im nächsten Video.